Man kennt die Besiedelung von diesem Planeten schon aus einigen Science-Fiction-Filmen. Der Mars. Und damit herzlich willkommen zu 20 Fakten über den Mars. In diesem Video erfährst du die ersten 10 und in dem Video von Mr. Wissen findest du die weiteren 10. Fakt Nummer 1. Ein Marstag ist fast identisch mit einem Erbtag. Der Mars braucht knapp 40 Minuten länger für eine Umdrehung um die eigene Achse. Dafür ist das Jahr fast doppelt so lang. Es dauert rund 687 Erbtage oder 23 Monate. Fakt Nummer 2. Der Mars besitzt den höchsten Berg des Sonnensystems. Olympus Mons ist mit einer Höhe von 26 Kilometern fast dreimal so hoch wie der Mount Everest. Der Mars ist mit 6780 Kilometern im Durchmesser etwa halb so groß wie die Erde und doppelt so groß wie der Erdmond. Fakt Nummer 4. Die Atmosphäre besteht zu 95% aus Kohlendioxid. Sauerstoff existiert nur im Promillebereich. Der Mars besitzt nur zwei Monde, Phobos und Deimos. Ihre Namen entstanden der griechischen Mythologie. Phobos und Deimos waren einst die Söhne von Mars und Venus. Die Marsmonde sind erst recht spät entdeckt worden, nämlich von Asaph Hall im Jahre 1877. Die Stärke des planetaren Magnetfelds vom Mars beträgt nur ca. ein Hundertstel des Erdmagnetfelds und bietet damit nur sehr wenig Schutz gegen kosmische Strahlen. Strahlung ist tückisch. Wir sehen und fühlen sie nicht. Dennoch erfüllt sie jeden Kubikzentimeter des Raums und fügt menschlichem Gewebe erheblichen Schaden zu. Langfristig kann so auch Krebs entstehen. Fakt Nummer 7. Der Mars hat Jahreszeiten wie die Erde. Dies wird durch die Neigung der Planetachse in einem ähnlichen Winkel wie die Neigung der Erdachse verursacht. Fakt Nummer 8. Der Grund warum der Mars rot ist, ist, dass er Eisenoxid auf seiner Oberfläche enthalten hat. Dieses wird allgemein auch als Rost bezeichnet. Und dies verleiht dem Planeten sein rötliches Aussehen. Fakt Nummer 9. Der Mars hat wie die Erde gefrorene Pole. Dort gibt es jedoch vor allem gefrorenes Kohlendioxid und nur sehr wenig Wasser. Und für dieses Video der letzte Fakt, die Nummer 10. Die Temperaturen auf dem Mars bewegen sich im Bereich von minimal etwa minus 140 Grad Celsius und maximal ca. 70 Grad Celsius. Und damit vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Für die weiteren 10 Fakten schau nun bei dem Kanal von MrWissen vorbei. Der Link hierzu befindet sich auch in der Videobeschreibung. Und falls du dann noch weitere interessante Dinge über den Mars weißt oder Ideen für weitere Themen hast, dann schreib sie doch einfach unten in die Kommentare. Wenn du das Video gut fandest, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und wenn es dir wirklich gut gefallen hat, dann abonniere doch einfach diesen Kanal.